Aldemar HD Toll Hey Leute, hier ist Aldemar mit Limbo, wollte ich sagen. Nein, es ist Inside. Was stark an das Spiel Limbo erinnert, von den Gleichmachern auf jeden Fall. Wie auch immer, fangen wir an. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Der Trailer sah super aus. Und die halbe Welt spielt es glaube ich sogar. Und jetzt spielen wir es. Wie auch immer. Los geht's. Oh, ein Baumstamm. Kann ich da durch? Bin ich ein Mädchen oder ein Junge? Ich glaube, wir sind ein Mädchen, oder? Ich weiß nicht ganz genau. Achtung. Hüpps. Sehr gut. Bin stolz auf dich. So. Okay. Die Atmosphäre ist schon mal super. Fühlt sich alles sehr toll an. Da ist ein Licht. Stacheldraht. Guck mal hier durch die... Oh, hier wird durch die Blätter laufen. Toll. Kann ich da hoch? Oh, über den Stacheldraht. Oh, pass auf, Mädchen. Was ist denn das? Und... Da sind... Da waren Menschen drin. Wo wollen die denn hin? Oh. Okay. Ich glaube, das sah im Trailer so aus. Als wenn das irgendwie um... Zwangsarbeit oder... über den täglichen Ablauf von... Arbeiten... von Menschen sind, die... zur Arbeit gehen. Ja? Irgendwie sowas. Dass die keinen anderen Rhythmus mehr kennen, als zu arbeiten. Was machen die hier? Er saugen irgendwas von den Bäumen ab? Oh, was ist denn ne Rolle? Scheiße. Hab ich gesehen. Schst. Die tragen Masken. Warum tragen die Masken? Warum liegt da Stroh? Okay. Schnell weiter gehen. Kann ich auch laufen? Schnell weg hier. Ich kann auch nur... nach rechts oder nach links laufen. Warum flüstere ich eigentlich noch? Keine Ahnung. Oh, das ist ein Kühlschrank. Das ist wie bei Ihnen. Da schaut's. Hallo? Ist da jemand drin? Leertaste E? Ich glaube, damit kann ich nichts machen. Ich kann da nicht hoch. Deswegen muss ich den Kühlschrank hier hinschieben wahrscheinlich. Ist jetzt die Frage, wie das geht. Warte mal, vielleicht hier. Ah, mit Steuerung. Okay. Mann, bist du stark. Mädchen. Oder Junge. Bei mir ist es ein Mädchen. Ist egal. Ist die Esmaralda. Okay, Esmaralda. Los geht's. Okay, da ist der LKW mit den ganzen Arbeitskräften. Wahrscheinlich Zwangsarbeiter. Ich sollte aufhören zu spekulieren. Weil meine Spekulationen sind oft sehr falsch. Uh. Turn, glaube ich, soll es bedeuten. Umdrehen. Okay, sind Kisten. Oh, oh, oh. Oh. Aufpassen, Mädchen. Hä? Ich habe einen Hund. Springen wir mal. Das geht nicht. Kann ich die Kiste vielleicht mitnehmen? Vielleicht von hier so springen. Prince of Persia-like. Nee, das geht auch nicht. Kann ich irgendwie rennen? Nein, nochmal. Komm schon. Komm schon. Schneller ein bisschen. Nee, das geht nicht. Okay. Vielleicht da oben mal eine Kiste. Vielleicht können wir die mitnehmen. Die hier. Ja, geht doch. Oh. Die fällt schon auseinander. Okay. Das ist echt gut. Die Steuerung gefällt mir. Die ist super einfach. Total simpel. Man macht nur einen Knopf eigentlich. Oh. 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 Oh, da hätten die... Die sind schon wieder so wachen. Die müssen auch wieder so Masken an. Oh. Ist das cool. Oh, das ist ein Hund. Scheiße. Scheiße, Lauf, 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 lauf. Oh, mein Gott, das sieht echt gefährlich aus. Schnell. Esmeralda, Lauf, 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 lauf. Springen. Oh, mein Gott. Ich habe es geschafft. Ist das krass. Schnell, schnell weg hier Die verfolgen mich, glaube ich, jetzt Alter Bin bestimmt so ein Kind von so einer Arbeitskraft Alter Boah, das war krass Das erinnert mich an, ähm, wie hieß es nochmal? Heart of Darkness mit so einem Jungen, der seinen Hund sucht Und durch so eine Schattenwelt läuft Und das war auch immer super tödlich, das Spiel Das könnte ich mal mit euch spielen, das wäre eine gute Idee Wie auch immer, weiter geht's Müssen leiser sein Das Auto schleicht hier rum Willst du das? Die sauchen jetzt hier wahrscheinlich auf und suchen mich Da sind sie Oh, scheiße, lauf schneller, lauf schneller Komm schon Oh Oh, hab ich's geschafft? Ich glaube, ich hab's geschafft Oh mein Gott Das war Instinkt, wirklich Ich hab nämlich diese Ausbruch nun gesehen und dachte, meine Güte Das arme Kind Guck mal, ich bin schon voll gestresst gerade Okay, weiter Ne, 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 ne Ne Platsch Was, ein Sprung Da, ist das Auto? Das haben sie angehalten Jetzt suche ich mich wahrscheinlich Scheiße Schnell weiter Schnell, 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 schnell Scheiße Oh, kacke Jetzt läuft der Oh, ich wurde erschossen Oh Alter Die haben mich einfach mal erschossen Mach ich denn jetzt? Scheiße Okay, überlegen, überlegen, Alter Ich halte mal Steuerung gedrückt Nee, der hält mich fest Und jetzt Hält mir den Mund zu Okay, nochmal Es ist auch ein Puzzle Game Oh nein, oh nein Ich bin doch eben schon mal hier drüber Nein, nein Oh, und jetzt hält er mich unter Wasser Irgendwas hält er mir vor den Mund Ich weiß auch nicht Übel Jetzt nochmal schnell laufen Okay, ich wusste, dass wir drüber springen mussten Beim nächsten Mal Dann sollte ich das auch wieder tun Laufen, Alter Mal laufen Laufen Nee, ich werde direkt erschossen Vielleicht muss ich in die Tür da reinlaufen Um so den Typen auszumanövrieren Das könnte sein Das wollte ich eigentlich beim ersten Mal machen Komm, wir probieren es mal aus Kostet ja nichts Das kostet unser Leben Des armen Mädchens Esmeralda Ich weiß ja nicht Es gibt vielleicht auch ein Junge, aber Ich glaube, es ist ein Mädchen So Nee, ich sterbe dann direkt Ah nee, das sind Betäubungspfeile Ich werde nicht erschossen Betäubungspfeile Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas am Auto machen kann Es ist schon ein wenig verwirrend Ah, ich muss warten Ich muss warten Bis das Auto ein bisschen weiter vorbei ist Und dann weiterlaufen Sonst schießt er auf mich Okay, ich hab's verstanden Los geht's Ich muss Distanz gewinnen Weil der Typ über den Stock fällt Ja, der fällt drüber Ist hingefallen Kurz bremsen Und weiterlaufen Aha Oh oh Lord, ich schießen Lauf Esmeralda Lauf Oh scheiße Oh scheiße Esmeralda Lauf Oh mein Gott Dieses Spiel Mein armes Herz Esmeralda Schneller Oh Springen Oh Scheiße Alter Das arme Kind Ich bin ertrunken Ich bin ertrunken Ich bin schon Wie oft bin ich gestorben Ah, hier geht's weiter Oh Oh Gott Oh Alter Ich war zu dicht an der Wasseroberfläche Mein Gott Das bereue ich nicht Dieses Spiel Das ist ganz schön spannend Ich frage, wie weit wir runter müssen Ich gucke mal in die falsche Richtung Alles klar Die denken Ich bin tot Dieser Van Ey, das ist auch so Trägt so einen pädophilen Van Und die tragen alle Masken Oh Alter Das sind tote Schweine Warum liegen hier tote Schweine Schnell weiterlaufen Komm kleine Lauf schnell Wir müssen über die Straße Das ist gar nicht gut Meine Güte Du kriegst doch eine Lungenentzündung Kind Okay Wir sind schon mal weg von der Straße Guck mal Das sieht toll aus Das fühlt sich auch richtig gut an Das Spiel Man geht richtig Man taucht richtig in die Amnosphäre ein Okay Durchs Kornfeld Möchtet ihr das? Da Das sind das Locken Laufende Glöckchen Kleine Küken Das sind kleine Küken Guck mal Oh wie süß Hallo Wer seid ihr denn? Ja wer seid Was wollt ihr denn von mir? Oh guck mal Wie süß Oh Guck mal Was wollt ihr denn von mir? Jetzt laufen die mir hinterher Da ist noch eins Ob ich die alle aufsammeln soll? Kann ich die nicht irgendwie wegbringen Zu Mutti? Oh die laufen alle hier so alleine draußen rum Kommt Kommt meine Kleinen Ja kommt Schnee Ich hatte mal ein eigenes Ne sogar drei Stücke in meinem Leben Küken Küken Großgezogen Okay Ihr wollt da rein Ne Ist zu kalt Ich komm gleich wieder Keine Sorge Okay Okay jetzt machen wir mal auf Was ist das denn? Ja Kommt steh rein Oh ja Schön warm Da freuen sie sich So das sieht aus wie ein Ansaugrohr Ich weiß nicht ob das so gut ist Wenn wir das jetzt anmachen Wären die Küken da bestimmt reingesaugt Und zerhäckselt Ich sie doch schon kommen Oh nein nicht gut Komm wir bringen euch erstmal weg Ihr Kleinen Okay Oh guck mal da humpelt eins Und rollt hinterher Ja ihr Kleinen Ich weiß nicht Es geht an Schnell weg Küken Schnell Komm 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 Weg da 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 Mein trockener Hals Es saugt aber nur Ob ich die Küken da drüber blasen soll Ich weiß nicht Ich will die ja nicht töten Die Armen klein Nein Na gut Es tut mir leid Nein Oh was Ich hab die als Als Munition benutzt Oh nein Einer ist tot Oh nein Nein Kükilein Ich bin schon Ziemlich grausam Es geht immerhin weiter Limbo hab ich damals gefühlt Das war schon echt cool Das war vor meiner Let's Play Zeit Da sind schon wieder tote Schweine Eine Schweinegrippe rumgegangen Oder so Was machen wir denn da jetzt Ne das bringt nichts Oh mein Gott Oh mein Gott Das hat weh getan Wir sind tot Scheiße Warum lach ich Das war grausam Aldemar Okay Was ist das denn hier Leitungen Das könnte ich irgendwie mitnehmen Aber ich kann da nicht hin Das Ding ist Ich könnte in die Schweinekadaver springen Ja das geht Das könnte funktionieren Bäh Bäh Ekelig Bäh wasch dich Kind Okay jetzt können wir den Wagen Den schieben Okay Ist ganz schön stark Ich könnte das Ding nicht schieben Nicht dass wir uns selbst zerquetschen hier Okay Dann wieder da hoch Hups Ich glaube es wird bis zum Ende durchregnen Ih guck mal Guck mal da sind so Würmer aus dem Schwein rausgekommen Guck mal Okay es geht auf Es ist auf jeden Fall Ziemlich abgefahren Einer ist weg Ob der mich jetzt jagt Bäh Sind ob das Aliens sind Es sind immer Aliens Es sind immer Aliens Da sind noch mehr Du musst schnell raus hier Bäh Da überall Guck mal Da aus dem Anus kommt eins raus Oh Nein Alter Oh Gott Zombieschweine Das sind Zombieschweine Alter Zombieschweine Da sind noch mehr Menschen Ist es tot Ja es ist tot Boah das ist dieser Boah guck mal Ist hier Popo Kann ich der hoch Kann ich die befreien Da kann ich nicht dran Es lebt wieder Ich hab's geheilt Oder Ich will zu der Lampe Kleines Schweinchen Oh mein Gott Okay Ich kann jetzt steuern Was ist denn jetzt los Oh mein Gott Das Mädchen weiß ja ganz Oh Ganz schön viel Brauchen wir dann noch einen Ne wir brauchen noch mehr Alter was ist hier los Jetzt steuern wir die So die müssen auch helfen Genau So und hoch damit Ah Sehr gut Guck mal wie die läuft Super Und schieben Und ziehen Oh Schnell weg da Und sperrt euch wieder ein Oh das war's Und jetzt sind sie wieder deaktiviert Leute Bevor wir weiter gehen Muss ich hier beenden Und wir sehen uns in der nächsten Folge Inside wieder Gefällt's euch Lasst ein Like da Oder ein Abo Und bis dahin Haut rein Leute Hey Hey Untertitelung des ZDF für funk, 2017